Die gute Gene bringt uns direkt zu diesem Mann, den agilen Opa, hat ihn neulich mal jemand genannt. Was nur insofern stimmt, als er tatsächlich schon Opa ist. Sechs Kinder, gute Gene, überall läuft. Ihn zu beschreiben haben schon viele versucht, ist aber schwer. Ein Kollege vom Stern hat es neulich mal besonders schön formuliert. Er sagte, er hat die schiefe Bahn seiner Jugend nie verlassen, sondern sie stattdessen zu einem schrägen Leben gemacht. Sein Verleger sagte über ihn, der lebt eigentlich in einer ständigen Freiheitsperformance. Und es stimmt, dieser Mann wird gemocht, weil es unglaublich Spaß macht, einem zuzusehen, der sich all die Freiheiten nimmt, die wir uns alle nie erlauben würden. Die Legende erzählt, dass er in Mülheim an der Ruhr geboren sei. Neulich allerdings hat er das bei einer seiner herrlichen Improvisationen als Fake News entlarvt und sagte, die wenigsten wissen, dass ich aus der DDR komme. Vor zwei Wochen war ich da. Herzlich Willkommen, Helge Schneider. Freue mich sehr. Freue mich sehr, Helge, was ist für dich Jazz? Wie würdest du das beschreiben? Oh, ja, Jazz. Sag mal, was bedeutet das für dich? Naja, ist erst mal nur ein Wort. Aber Jazz jetzt für mich jetzt persönlich ist die Musik, die ich liebe. Jazz bedeutet für mich Individualität, individuelle Freiheit, aber auch Swing, also ein Rhythmus. Jazz bedeutet für mich auch bunt. Ja, und eben ein Gefühl. Also ein Gefühl, auf das mich mein ganzes Leben lang irgendwo... Ein Lebensgefühl. Ja, ein Lebensgefühl. Bunt, Jazzbunt. War das sozusagen dann auch der Gegenentwurf zu dem, was du als Kindheit erlebt hast, weil wir gerade über Kindheitstage sprechen? Ja, ich bin ja ungefähr 20 Jahre jünger wie du. Ich bin 1955 geboren. Ja. Und ich bin in einer Zeit geboren, wo alle Männer graue Anzüge an hatten. Meistens zwei Reihe und Hut auf, wenn es geht, mit Zigarre im Auto auch. Überall Zigarre, überall wurde geraucht. Frauen auf der Straße nicht, die durften eigentlich nicht rauchen. Wir hatten eine Frau in der Siedlung, in der wir wohnten, die kam aus dem Osten, die hat eine Turnhose angehabt und ein Männerunterhemd und hat Wäsche aufgehängt. Da haben alle erst mal alle Fenster zugemacht, also das durfte man schon mal gar nicht sehen. Und die hat auch noch geraucht. Und das war wirklich das Schrägste überhaupt, was es gibt. Das war so der Anfang von Jazz bei mir. Eine Frau in feinem Rebunterhemd. Als Kind macht man eine Zeit lang so was mit. Dann ist man immer, man ist in der Entwicklung und dann denkt man, oh ja, die haben ja recht, das ist ja eine böse Frau, denkt man dann vielleicht. So ganz einfach, ganz doof. Aber irgendwann entwickelt sich daraus, irgendwann kommt diese Erinnerung auch an diese Frau. Es entwickelt sich etwas. Und dieser Prozess, ich meine, dass ich heute noch daran denke oder so, das hat schon was zu sagen. Also das hat mich geprägt. Eigentlich ist es eine der wenigen Situationen oder vielen Situationen, die einen Menschen prägen. Das ist einfach so. Die Frau im Feinrippunterhemd an der Wäscheleine. Die Frau in der roten Turnhose mit den nackten Beinen. Guck mal. Der ist völlig egal, wie sie jetzt da aussieht. Es war warm und darum ging es. Wenn du sagst, graue Männer mit grauen Hüten und grauen Anzügen. Das heißt, da gab es den Wunsch, auf gar keinen Fall irgendwann mal einer von diesen grauen Männern mit diesen grauen Hüten zu werden? Ich weiß noch, wie ich meine erste Jeans irgendwie, hatte ich von meiner Schwester aus dem Schrank geholt. Und die habe ich dann angezogen und dazu ein Pullover auch von ihr. Die Jeans ging mir original bis hier oben, wo jetzt das Mikrofon ist. Und der Pullover war so ein Rollkrankpullover, so ein Rippen, so ein sogenannter, damals gab es sexy Pullover. Und da war ich total stolz, habe ich gedacht, boah, jetzt sehe ich einfach unheimlich cool aus. Es gab ja nur Nietenhosen und keine Jeans, die kamen dann ein bisschen später. Und das war dann so, sagen wir mal, der erste Schritt in die Eigenständigkeit. Ich hatte nämlich vorher nur Knickerbocker getragen, mein Leben lang. Also bis ich ungefähr elf, zwölf Jahre alt war. Wie muss man sich die Situation bei euch zu Hause vorstellen, Helge? Wie habt ihr da gelebt? So, beengt, sage ich mal. Kleines, in einer Siedlung mit niedrigen Decken, Kohleöfen, dann Badeofen auch. Da wurde dann einmal meine Zahnklammer drin gefunden, das heißt die Überreste. Die habe ich nämlich verbrannt, weil ich wollte die nicht. Du wolltest sie nicht und hast sie angezogen. Und morgens kam der Bäcker ans Küchenfenster und reichte so ein Brot rein. Und da war eine Wäschetrommel mit Wäschelauge unter der Spüle, da wurden dann Pullover gewaschen. Dann hatten wir einen Hamster und wir hatten sogar mal einen Goldfisch auf dem Schrank in so einem runden Glas. Also wirklich so wie im Film. Dann hatten wir auch ein richtiges Telefon mit einer, ich glaube, eine vierstellige Telefonnummer damals noch. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Oder sogar nur drei, ich weiß nicht mehr. Und das hing im Flur, in der Höhe, wo die Kinder nicht drankamen. Also ungefähr in der Höhe, aber mein Vater war sehr klein, der kam da auch kaum dran. Der musste auf jeden Fall immer, musste den Arm auspacken. Und der Flur war dann, ich erinnere mich, wir hatten einen Sisal-Teppich im Flur, das ist ein ganz grober roter Sisal-Teppich. Und da bin ich als Kind, als ich noch nicht laufen konnte, immer drauf rumgerutscht. Deshalb hatte ich immer so Rillen im Hintern. Ja, das sind so Erinnerungen. Und meine ersten schönen roten Lackschuhe, die auf einmal weg waren, bloß weil ich eben größere Füße gekriegt hatte, waren die dann weg. Da war ich ziemlich sauer. Ja. Wann begann deine Liebe zu roten Lackschuhen, Helge? Möchtest du darüber sprechen? Ja, da möchte ich drüber sprechen. Ja, vielleicht war das wirklich da auch eine Initialzündung. Ich habe dann eine Zeit lang später, als ich dann in der Pubertät war und danach, dann habe ich mich immer so ein bisschen merkwürdig gekleidet auch, vielleicht um aufzufallen. Ich habe auch einen Anzug angezogen. Ich habe irgendwo in so einer Boutique oder in so einem Second-Hand-Shop, die gab es dann auch in späten 60er Jahren schon, habe ich mal so einen giftgrünen Anzug gekauft oder so und habe den dann so getragen auf der Straße. Ich habe mir ein Saxophon umgehängt und dann beim Über-die-Ampel-Gehen ein Saxophon gespielt. Ich konnte das aber noch gar nicht. Außerdem war das kaputt. Wie haben die Leute darauf reagiert? Also all diese grauen Menschen mit diesen grauen Hüten? Gar nicht. So wie es nun mal im Leben ist. Ich meine, im Ruhrgebiet, da sind die Leute ja, du kannst da fast alles machen. Die Leute sind unfassbar tolerant. Die Leute sind cool. Stimmt es, dass du, ich habe das irgendwo gelesen, dass du irgendwann eine Zeit hattest, wo du schon mittags um zwölf in Essen in die Diskothek gegangen bist? Ja, damals machten die Diskotheken morgens um elf Uhr ungefähr auf oder zehn, elf Uhr. Und da gingst du hin? Da ging ich dann jeden Morgen hin, weil die Schule, das war so nicht mein Ding. Ja, das heißt, wie alt warst du dann? 14. Mit 14 warst du mittags gegen zwölf in Essen in der Diskothek? Möchtest du darüber reden? Warum? Es wurde Musik gespielt. Ich habe getanzt. Tanzen. Ich habe unheimlich gerne getanzt. Getanzt? Ich habe unheimlich gerne getanzt. Und damals fingen auch an, die Haare länger zu werden. Und ich habe wirklich unheimlich gerne getanzt. Da war dann irgendwie Pink Floyd oder so. Das bist du in jungen Jahren, Hegge? Da war ich 14,5. Oh, ist doch süß. Da sitze ich am Klavier. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Da habe ich schon so Auftritte gemacht. Ja? So gespielt, ja. Hast du da schon diese verrückten Geschichten auch gemacht? Also improvisiert? Ja, ich habe, mein erstes Lied hieß, ich bin ein Petticoat, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Und dann habe ich so ein bisschen Englisch, Deutsch, so, und habe die Leute damit total genervt. So habe ich Boogie Woogie aber schon gespielt. Ich glaube, gar nicht so schlecht. Und ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe ja früher klassisch Klavier gelernt. Du hast ja, das mit der Schule, sagtest du ja schon gerade, ist dieses etwas schwierige Verhältnis. Und hast das ja dann auch nicht zu Ende durchgezogen. Ja, ich habe einfach gedacht, ich müsste doch arbeiten gehen. Ich wollte also arbeiten gehen. Ich wollte zu Hause ausziehen. Ich wollte Musik machen. Aber ich wollte mit Musik kein Geld verdienen. Das ist interessant. Was mir bis heute nicht gelungen ist. Ich wollte wirklich kein, ich dachte, das macht Spaß, Musik, das ist mein Leben. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich gehe jetzt arbeiten. Da habe ich mehrere Lehren angefangen. Was hast du da gemacht? Meine erste Lehre war als Polsterer. Also in Kissen machen. Ja. Bezüge. Hier so alte Sessel, dann das Zeug da raus und neu stopfen und so. Und ich hatte die ersten Tage, hatte ich so eine Spezialaufgabe an der Papierpresse. Da wurde dann Packpapier gepresst mit so einem Drehding. Und dann durfte ich aber auch mit raus, mit dem Meister Gardinen aufhängen. Und da hatte ich mal wirklich, da habe ich mal mit der Angst zu tun bekommen. Und zwar war ich dann bei einem Industriellen im Haus, ich weiß nicht, ob das jetzt Stinnes, Hugo Stinnes war oder Thyssen selbst. Da wurden Gardinen aufgehängt. Das war 1969. Wurden Gardinen aufgehängt. Und die waren echt, also der Raum, in dem die Gardinen aufgehängt wurden, war circa 10 Meter hoch. Also das war ein riesiger, wie eine Kirche war das. Und die Gardine war irgendwie sechs Meter lang. Und in der Höhe sollte man die Gardine dann auf einer Leiter, auf einer wackeligen Leiter, dann oben mit diesen Röllchen so anbringen. Da habe ich gestreikt. Da habe ich gesagt, mir ist schlecht. Also das war der erste Tag, wo ich dann nach Hause gegangen bin. Und dann habe ich aber auch schnell gekündigt. Weil da hat jemand zu mir gesagt, hör mal, du musst dir die Haare schneiden. Und das war für mich und auch nicht nur für mich, sondern auch für andere Freunde von mir, die so schon längere Haare hatten. Also nicht so lang wie jetzt, aber schon über den Ohren. So wie du. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, auch ist ein sehr gutes Beispiel. Das war, das war das, dafür, um seine Haare zu behalten, machte man alles. Man hörte auf zu arbeiten, man ging nicht zur Prüfung, man ging dann einfach nicht mehr zur Schule. Der eine wurde von der Bundeswehr gezogen, der hat sich die Haare nicht geschnitten, der war dann da im Gefängnis. Das war damals so. Im Ernst, ja. Der kam es ins Gefängnis, der war ganz lange im Gefängnis, über ein Jahr. Hatte aber lange Haare. Hat die Haare behalten, so viel ich weiß, aber irgendwann kam er noch raus. Egal, auf jeden Fall, für die Haare machte man alles. Und das war, du hast ja gerade auf dem Bild, hatte ich ja schon ziemlich lange Haare. Aber mit der Musik, Hegel, das finde ich interessant. Die meisten machen es ja andersrum. Irgendwann nimmst du die Musik, um nämlich genau damit irgendwie so durchzukommen. Bei mir war es zum Beispiel so. Ich habe dann irgendwie so Hotels leer gespielt, einfach sehr erfolgreich. Da, wo du herkommst. Ja. In Tirol oder so. Ja, 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 genau. Wir sind dann immer so gebucht worden und an Silvester. Die Karte oder? Nee, nee, Keyboard, Klavier und so. Und an Silvester dann auch immer Musik gemacht, weil da gab es doppelte Gage. Das habe ich auch gemacht. Jedes Jahr Silvester, Weihnachten immer gespielt. Ah, okay. Silvester hast du dich prostituiert, aber sonst nicht. Doch auch. Ich habe auch in Hotelbars mal gespielt, aber das war immer eine sehr, sehr pingelige Angelegenheit. Ja. Ich bin dann, sagen wir mal schon, da habe ich gedacht, oh, da muss ich ja so eine Art schwarze Hose anziehen und schwarze Schuhe. Dann hatte ich mal von jemandem Steppschuhe geschenkt gekriegt. Da habe ich dann unten die Metalldinger abgemacht und dann bin ich zu diesem Piano-Job gelaufen. Und die Steppschuhe haben ganz dünne Ledersohlen, so Wildledersohlen gehabt. Und es hat geregnet. Dann kam ich da an, hatte die total nasse Füße. Dann habe ich mich an den Flügel gesetzt und dann hatte man immer das Gefühl, man muss besonders fein bleiben, wenn man da so sitzt, weil da kamen so feine Leute rein. Und dann hat man so gespielt und dann am besten ganz leise und so, dass die das noch nicht mal merken, dass da jemand sitzt. Denn sobald die das merkten, sind die wieder gegangen oft. Weil die gemerkt haben, dass da einer spielt. Es gibt auch so Phasen und es gibt auch Leute, die mögen einfach keine Musik. Die gehen irgendwo hin, wollen sich unterhalten und denken, ach, hör doch, mach auf. Das gibt es ganz viele. Total. Du spielst eh schon total leise und der kommt, jetzt mach doch mal leise. Und wo ich immer so ganz, wo ich auch dann immer mit den Leuten, mit denen ich dann am Tisch sitze, wenn da so zum Beispiel so ein Geiger kommt und einer spielt Akkorde und einer spielt Trommel oder so und die spielen dann irgendwie schön. Und wenn dann einer sagt am Tisch, ey, das hört doch mal auf, dann ist das nicht mehr mein Freund. Mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern mit den Zigeunern, die da spielen. Mit denen will ich was zu tun haben. Das habe ich immer so gemacht. Ja, das klingt gut. Das heißt, du hast das neulich mal gesagt, ich habe nie Musik gemacht, wirklich Musik gemacht, um über die Runden zu kommen. Im Zweifel bin ich lieber arbeiten gegangen. Stimmt es, dass du in einem dieser Jobs auch mal Wahlhelfer warst? Ja, Wahlhelfer war ich gewesen. Da war ich auch noch so 16, 17 Jahre. Ja, für einen Monat habe ich bei der Stadtverwaltung so einen Nebenjob gekriegt. Da war ich auch Wahlhelfer. Das war interessant. Weil? Weil ich habe Briefwahlen entgegengenommen. Das heißt, ich saß in so einem Raum und dann kamen Leute und klopften an, wie bei der Polizei. Ich hatte auch so einen Ausweis vom Ordnungsamt, glaube ich. Und ich saß dann so mit meinen langen Haaren und oft hatte ich, wenn du draußen war, hatte ich so einen Afghanenmantel an. Und wenn das geregnet hat, dann stankt der Mantel unheimlich. Wie so ein alter Hund. Und man saß sich dann da und auch rasiert habe ich mich damals gar nicht. Eine Tradition, die du weiter pflegst. Moment, das ist ja so eine Art Kuhlenkampf-Ferienbart, den ich jetzt hier habe. Aber damals war einfach, man hatte so als Hippie einfach kein Rasierapparat, was soll das? Lange Haare. Und dann saß man da und dann kamen Leute rein und mussten mir ihren Ausweis zeigen. Und damit ich die abhaken konnte. Damit die dann diese Briefwahlunterlagen von mir entgegennehmen konnten. Und dann kriegten sie ihren Ausweis wieder und dann konnten sie dann sofort an die Urne gehen. Da waren tolle Typen. Einer kam rein, guten Tag, ich möchte CDU wählen zum Beispiel. Und dann musste man dann immer sagen, ja das interessiert mich überhaupt nicht. Haben sie ihren Ausweis dabei? Ja, den habe ich dabei. Oder ein anderer, guten Tag, ich will wählen, ja, dann möchte ich gerne mal ihren Ausweis sehen. Nö, du nicht. Sag ich, Entschuldigung, aber sie müssen ihren Ausweis zeigen, sonst kann ja jeder kommen und einfach irgendwie wählen. Dann hat er irgendwie gesagt, ich huste dich jetzt an, ich habe Tuberkulose. Dann habe ich die Polizei gerufen. Und als die Wahl dann vor, weil das war, ich weiß noch, da ist Willy Brandt gewählt worden. Das war 1972, da war ich 17 oder 17 Jahre alt. 1972 in Deutschland, was war das für eine schöne Zeit. Schöne Zeit, ja. Und danach war ich noch zwei Wochen unterwegs. Und hast du Willy Brandt getroffen? Willy Brandt habe ich natürlich öfter getroffen, aber nur im Fernsehapparat. Ich habe den mal gesehen, in der Stadthalle. Doch, ich habe den mal gesehen. Ich habe den mal bei einer Wahlveranstaltung gesehen von der SPD in Mülheim in der Stadthalle. Da saß der da vorne und die saßen alle an so einem Tisch. Und wir sind dann natürlich alle hingegangen, weil wir dachten, da spielt vielleicht auch eine Band. Und er hatte, glaube ich, auch eine Band da gespielt. Super. Und war beeindruckend, der Mann? Also ich habe nur gesehen, er war der Einzige, der wirklich total sonnengebräunt war. Der sah super gut aus. Und die anderen waren dagegen so blass. So, weißt du, so. Mehr weiß ich nicht. Also ich durfte ja noch, ich durfte sogar selber noch nicht wählen. Aber ich war Wahlhelfer. Ja, ist schon klar. Verrückt, ne? Und stimmt es, dass du dann danach Kühe gezählt hast? Genau. Und dann war ich Viehzähler noch eine Zeit lang, weil ich bei dem Amt für Statistik ja gearbeitet habe. Und da bin ich mit meinem Kollegen, der auch so lange Haare hatte, dann zu Fuß. Wir hatten ja kein Auto. Los. Und dann mussten wir dann auf den Bauernhöfen Viehzählungen machen. Das heißt, wir sind da hingegangen, haben geklopft, haben gefragt, wie viele Kühe haben sie, wie viele Schweine, haben sie eine Frau, wie viele Kinder haben sie. Das ist wirklich wahr. Also wir mussten Vieh und Menschen zählen. Im Ernst? Ja, und die meisten haben uns natürlich sofort die Tür zugeschlagen. Dann haben wir sofort wieder im Ordnungsamt angerufen. Ja, die haben nicht aufgemacht. Ja, dann schicken wir da jetzt jemand anders hin. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, das ist ja nichts für mich. Dann habe ich da wieder aufgehört. Am nächsten Mal habe ich auch gedacht, ich könnte bei der Stadt mal wieder so einen lauen Job schieben. Ein Jahr später. Und dann bin ich da wieder zum Personalamt gegangen. Und da hatten sie leider nur einen Job als Straßenfeger. Und da habe ich zwei Monate ungefähr gearbeitet. In den Wintermonaten. Das muss ich immer noch sagen, heute. Das war eigentlich meine, also das war die sinnvollste Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe. Straßenfeger. Ja. Dreck wegmachen. Ja. Und ja auch irgendwie sehr betreuen. War Winter. Ja, auch befriedigend, weil man ja sofort das Ergebnis seiner Arbeit hat. Ja, wunderbar. Es gab gar nichts zu beanstanden. Nur auf der, weil da, wo ich dann, sollten wir an der Mädchenschule Papier picken. Also, und da hatte ich dann den, ich hatte so einen Orangen, so aus Vistram. Das ist so ein regenabweisendes Material. Da hatte ich so eine, mit Kapuze, so einen riesigen Parka. Dann habe ich den Parka so hoch und so, weil die mich auch alle irgendwie kannten. Und das war mir dann peinlich. Oder... Heute wäre mir das nicht mehr peinlich, ist doch klar. Aber damals war schon eine heikle Zeit. Aber die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die waren alle lieb. Wann hast du das erste Mal, Helge, Geld wirklich mit Musik verdient, was du ja nie wolltest? Kann ich nicht so genau sagen. Übergang ist fließend. Ich hatte mal hin und wieder mal auf einer Hochzeit gespielt. Was ist das denn? Ach so, das... Das ist von deiner neuen Platte, ne? Ja, das ist mein neues Plakat. Das habe ich selbst gestaltet. Das ist für die nächste Tournee, die nächste Woche beginnt. Das führt mich zehn Tage durch. Verschiedene Kulturhallen. Vom Straßenfeger zum Straßenfeger. Ja, absolut. Du hast vor einiger Zeit mal was Schönes über Erfolg gesagt. Das Rezept, dass der Erfolg dich nicht kaputt macht, ist, dass man nicht erfolgsabhängig ist. Richtig. Was heißt das? Ja, dass der Erfolg einem eigentlich, dass man weiß, was Erfolg ist, heißt das. Dass Erfolg einem Türen öffnet, aber auch, man muss die ja nicht aufstoßen. Und dann muss man wissen, Erfolg ist temporär vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß man nicht, ist doch egal. Eine bestimmte Egalhaltung muss man haben. Sonst kann man damit auch nichts anfangen. Wenn man Erfolg hat, braucht man sich überhaupt nicht darauf auszuruhen. Oder man braucht sich überhaupt nicht darauf was einzubilden. Wenn man qualitativ gute Arbeit abliefert und damit Erfolg hat... Aber für dich selber, oder wie definierst du das? Wollte ich gerade dazu kommen. Ja. Wenn man qualitativ gute Arbeit abliefert, egal ob für einen selber oder für andere, und man damit Erfolg hat, dann ist der Erfolg auszuklammern. Und die qualitativ gute Arbeit ist einfach die Priorität. Und der Erfolg ist ein Nebeneffekt. Und bei der qualitativ guten Arbeit sollte man bleiben. Verstehe ich, aber wenn du sagst zum Beispiel Katzenklo, als das mit Katzenklo so richtig losging und plötzlich verdient man richtig viel Geld, was denkt man dann? So schlimm ist es auch nicht. Doch, komm. Aber es ist doch toll gelaufen für dich damals, ne? Ja, es ist gut gelaufen. Also, ich sag mal so, Geld macht es nicht glücklich, aber kann natürlich dazu beitragen, dass du unheimlich viele Freiheiten hast. Das Geld, was man benötigt, um auch meinen Beruf auszuüben, ist natürlich auch, wenn das Geld nicht da wäre, würde ich meinen Beruf sicherlich auch ausüben können, aber müsste auf bestimmte Sachen verzichten. Gute Instrumente vielleicht, ein tolles Saxophon, eine tolle Gitarre, vielleicht hätte ich das dann alles irgendwo anders her. Vielleicht auch was geklaut, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, aber bis zu einem bestimmten Punkt ist, wenn man, ich sag mal so, wenn man so viel Geld hat, dass man da so einen Plus hat von unendlich oder so, wo man gar nichts mit anfangen kann. Also, ich bin nicht so der Typ, der sagt, so, das muss ich jetzt auch noch haben, das muss ich auch noch haben und so weiter. Mir ist wichtig, dass ich meine Arbeit gut machen kann und dass ich auch manche Sachen dann auch altersgemäß vielleicht nicht mache. Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder die Anfrage bekomme, hier, schreib doch mal ein Buch, dann sag ich mir selber, ja, der soll vielleicht mal in zwei Jahren wiederkommen. Wenn er das jetzt sieht im Fernsehen, dann wird er mich vielleicht anrufen. Und dann sag ich, dasselbe nochmal. Lassen wir es mal so stehen. Herrlich, Herr Kollege. Radio Polypop. Radio Polypop, ja, ich habe immer, Titel muss ich immer machen. Normalerweise früher, wenn Fett Domino aufgetreten ist, dann heißt es nur, Fett Domino kommt. Aber heutzutage ist es so, in unserer Welt der verschiedenen Genren innerhalb des Showgeschäfts, also Comedian, sag ich jetzt mal, Musician, Clown, Komiker, Satiriker, singende Herrentorte. Singende Herrentorte, das habe ich ja nicht zuletzt empfunden, weil ich mich eigentlich überhaupt nicht irgendwo da eingeordnet sehen will, weil ich möchte gern alles machen, was mir Spaß macht. Und jetzt war ich aber ein bisschen abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal, wir wollten über Radio Polypop noch ganz kurz. Radio Polypop, ja. Ich wollte nur sagen, die Titel, das muss immer so einen Titel haben heutzutage. Jedes Jahr bin ich immer auf Tournee, mal hier, mal da und jedes Mal muss ich so einen Titel haben. Und dann denke ich, ja gut, komm, dann mache ich wieder einen Titel. Und dann fällt mir natürlich sowas ein wie Radio Polypop. Und ich glaube, der Titel ist gut. Und für nächstes Jahr habe ich schon neun Titel wieder, den habe ich mir für 15 Jahre mal einfallen lassen. Den habe ich aber dann vergessen. Wie auch jetzt wieder, glaube ich. Ich warte mal, lass mal, wie war der denn jetzt noch? Achso, ne. Vergessen. 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 Okay, der Titel ist vergessen. Wir sehen uns dann wieder, wenn er die wieder eingefallen ist. Ich freue mich drauf. Ja. Immer schön mit dir. Dank dir ganz, ganz herzlich. Das ist das, weswegen die Leute nicht lieben. Frei, ehre Freiheit, ist schön. Wir müssen wieder froh sein Deutschlandstuhl. Der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt, genau so solltest du weitermachen, Helge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.